jo leute was geht willkommen zurück zu we were here forever ich glaube folge 6 oder 7 schon wir haben gerade gesehen genau hier sind wir stehen blieben wir sind gerade bei 33 prozent spiel fortschritt ich hatte echt gedacht wir sind schon viel weiter das heißt erst ein drittel geschafft zwei drittel kommt noch und da muss ich sagen also also bisher muss ich mein gehirn schon echt krass anstrengen wir hatten auch hier und da muss man ein bisschen einfach rumprobieren weil wir nicht begriffen haben wie es allgemein funktioniert aber ich bin echt gespannt was da noch für rätsel kommen weil bislang muss ich sagen die variety an rätseln ist echt gut gemacht und gut auch in die story integriert wir hatten ja einmal hier dieses rätsel mit diesen mit dem priestern und königen und damit den köpfen und das mit den stern und symbolen und dann der mit der musik mit den verschiedenen noten das war schon echt eine coole abwechslung und bin echt gespannt was jetzt heute uns erwartet mit dabei ist wieder die jasmin und wenn ihr da nichts verpassen wollt gerne kanal abonnieren die folge von jasmin ist unten verlinkt und jetzt ganz viel spaß mit dem video ja wir müssen doch drei teile finden in drei verschiedenen er wird sagen wir gehen hier einfach mal durch die tür die sich da auch sie offen als es mal geöffnet hat ja auch immer durch jetzt endbar spiel vorbei das glaube ich nicht bei 33 prozent dass mein sohn nicht da ist er würde es lieben dann zeigst du ihm das später ok auch der schnee sound hallo in da mal auf jeden fall sehr gut blutmond die seuche schnauerm Serpente... Das... ...tie nicht... ...tie nicht... ...tie nicht? Sie wissen, dass sie von deinem Gehirn escaped haben. Sie sind da draußen. Oh, Entschuldige mich, mein Gott. Setz mich frei, und ich werde sie schlafen, bringen sie zur Justizung. So be it. Du werden sie zu mir bringen. Die sagen ja immer, bringen sie zur Strecke und alles mögliche, aber wir waren auch nie in tödlicher Gefahr. Also das verstehe ich nicht. Nee, das stimmt. Also war nie, dass wir irgendwo aufgespießt waren oder so. Wir sind mal irgendwo runtergefallen, aber das war's. Ja. Rock, Uri. Nautilus? Nautilus. Und Fouled. So. Vault. Fouled. Erstmal Rockberry. Ja, alles klar. Müssen beide die Kurbel halten, ja. Für ne Kurbel. Ja, renn mal. Ja, ich guck mich hier um, falls wir vielleicht irgendwas vergessen. Achso. Achso. Ach. Da mal los. Was passiert jetzt? Da dreht sich was. Ach da. Ach, ein Skilift. Ähm. Der ist einfach durch mich durchgefahren. Okay. Tschüss. Ake. Hey. Runtergekickt draufgesetzt. Der arme. Ja. Der kohlt da eigentlich. Keiner. Das ist Magie. Mhm. Bist du eigentlich verkleidet? Ja. Hast du das noch nicht gesehen? Nee. Ich hab nur den angemacht und noch nicht geguckt. Okay. Oh ja, ich seh's. mit Zeitumkehrer und hier mein, mein Zauberstab. Ja, ja. Hm. Wieso hast du sowas? Ähm. Abitur. Achso. Wegen Mototagen und so. Da bin ich dann als Kindheitsheld als Termine gegangen. Ja, wenn ihr mal Jasmin als Termine sehen wollt, Cosplay, dann geht jetzt mal in ihr und schaut mal ganz genau hin. Ganz genau. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. The Ruins of Rockberry. Tatjama aber gerade ein Shoutout. Oh, Dankeschön. Mit dem Kanal. Danke. Oh, den Multistream nochmal reinpacken. Jo. Oh, das war eine lange Reise. Ich kann nicht ja runterkicken, dann fliegst du. Jo. Das geht nicht. Ja. Du hast direkt versucht, ne? Ja, direkt gucken, ob man interagieren kann. Einfach nur so Holzsitze. Oh mein Gott. Oh. Ja. Ja. Schöne Aussicht. Wir stürzen doch jetzt bestimmt ab. Hm. Oh. 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 Ja, wie kann man das Spiel noch in die Länge ziehen? Ja, vor allem müssen wir den ganzen Weg auch bestimmt wieder zurück. Jo. Voll. So, endlich da. Wir sind nicht als Leichen angekommen, das ist ja schon mal gut. Ja, ich fühl mich aber so, ich bin drei Jahre älter geworden auf dem Weg. Ja, das ist wirklich so, ich bin alle Gelenke schon eingefroren. Ähm, ich häng, hast du irgendwas gedrückt, damit du freikommst? Ja, ich glaube. Linke Maustaste. Ne, linke Maustaste. Ich dachte, du spielst mit Controller. Interagieren. Ach ja! Deswegen war das alles so komisch. Guten Morgen. Ja, moin. Moin Henny. Ach, herrje, ich bin schon wieder lost unterwegs. Was ist das denn? Eine Waffe will ich mitnehmen. Eine Angel. Das ist perfekt für dich. Was? Das ist doch keine Angel. Das ist ein Stock. Ja, ich habe einen Rucksack. Ja. Hier geht's nicht hoch. Da müssen die... I'm confident it guards what I seek. The giant owl door, but how does it work? Aha. Hast gehört. Ja. Die riesige... Ja, gut. Ah, schön. Oh. Wow. Licht. Machst du das? Okay. So fasziniert von Licht. Licht. Wow. Ah. Oh, wir müssen hier bestimmt so Spiegel einstellen. Oh ja, ich sehe das schon. Geil. Das ist doch was für dich, hm? Logisch. Hallo? Oh, da sind wieder Uhus. Da eulen. I don't know. Gehen wir mal hier hoch. Und schauen wir mal, was wird. Du musst hochkommen. Nee. Doch. Wieso? Kann das denn hier nicht alleine? Hier ist wieder so ein Drehding. Ach du. Heilige Makrele. Ja. Wo bist du denn jetzt? Ich halte schon. Hä? Hä? Ist das verpackt? Oder... Weiß ich nicht. Ah, jetzt. Der Spiegel, Lu. Ah, ich dachte erst, wir gehen nach oben. Hm. Mag ich nicht. Hä? Was machst du? War mein Fehler. Und jetzt. Ah. Wo ist die Brücke? Okay. Hm. Aha. Hab ich hier einen Schalter betätigt? Keine Ahnung. Ja, das ist gut. Der hat mir eine Brücke hochgemacht. Okay. Hast du gut gemeint. Okay. So. Hm. Ich hab jetzt zwei Wege. Keine Ahnung, welche nicht gehen soll. Oh. Hier ist ein Stuhl. Ich bin jetzt eine Runde gegangen. Das sah ja geil aus. Ähm. Ja, was ist hier denn jetzt meine Aufgabe? Ah. Perfekt. Ah. Mach das wieder. Mach das nochmal. Guten Tag. Ah. Oh. Okay. Was'n Ehrgarten hier? Voll. Bösen Schiff. Kann man sich hinsetzen. Hallo. Ah, es geht dann hoch. Geh mal ins Schiff rein hier. Was für'n Schiff? Hallo Alex. Hier und runter. Runter. Runter, runter, runter. Setze ich mal ins Schiff? Lalalala. Jetzt ich? Oh, warte mal. Weißt du, wo du, ich setze mich jetzt hin? Warte mal. Geh mal nach unten zu dieser schwebenden Brücke. Ähm. Da soll ich hin? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ja. Bin da. Äh, nee, verlassen. Keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Hä? Oh, äh. Äh. Nochmal, du musst mich rüberholen. Super, Geige, super. Schön, dass du da bist wieder. Ich kann es nicht noch mal rüberholen. Warum nicht? Weil der Knopf weg ist. Wie der? Ja, und jetzt? Jetzt der Knopf wieder da. Ja, weil ich da jetzt runter bin. Bist du dick? Äh. Ja, wohl gar nicht. Du, ich bin hier jetzt eingesperrt. Du musst noch mal drehen. Ja, warte mal. So ist gut? Mhm. Ja, aber weg. Soll ich nochmal drücken? Drück nochmal. Weiß ich nicht. Was kann ich? Ich kann hier auch was machen. Keine Ahnung, was ich tue. Kannst du da was machen, ansonsten kommst du zurück? Ne, ich kann hier was machen. Also ich kann hier irgendwas hoch runter machen, aber ich weiß nicht was. Hier kann man auch weiter. Also ich denke, du musst hier auf die linke Seite und mir hier die Tür aufmachen. Ähm. Was für eine Tür? Würde ich einfach mal so behaupten. Die, die mich hier festhält. Aber ich kann hier nix machen. Abwarte. Warte. Du hast unten rechts. Ja. Du musst gleich unten rechts musst du hin gehen. Geh mal nach unten links. Ja, weil, geh durch. Genau. Geh kein nix machen. Ja, Sekunde. Okay. Du bist eigentlich so ungeduldig. Ich sag doch nur, was ich sehe. Jetzt, äh, komm. Oh, du bist bei mir. So. So, und jetzt? Weiß ich noch nicht. Thank you. Warte doch mal. Da unten ist ja noch ein Schalter. Ja. Dann seh ich ja jetzt erst. Ach, nee. Wenig. Doch. Hä? Ist da noch ein Schalter? Nee. Lass mich mal wieder zurück. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ach. Ja. Ah. Warte mal. Ja. Äh, ich muss da unten hin. Ja. Wie schaffe ich das? Weiß ich nicht. Hüps. Gerade durch geht das nicht, ne? Geh nochmal hoch. Besser. Jetzt gehen wir auch hier unten hin. Ja. Aber von hier komme ich da nicht hin. Ich muss nach da oben. Jetzt einmal nach oben. Ah ja, genau. Wir kriegen dich. Wir kriegen dich da schon hin. Bei einem Schalter, ob du den betätigen kannst da unten. Ah ja, sehr gut. Hüps. Ah ja, danke. Ah. Boah. Boah. Ich muss zu dir wahrscheinlich, ne? Äh, ja. Ah, okay. Ähm, hier musst du rein. Okay. Ähm. Ich bin drin. Ja. Äh, wie? Komm, aber warte mal. Ich muss jetzt aber irgendwie wieder wegkommen. Äh. Ich muss da noch oben wieder. Oh Gott, wie schaffe ich das denn? Soll ich dir helfen? Weiß ich noch nicht. Ich kann dir bei dir aus gar nicht helfen. Nee, ne? Äh. Da hinten war doch auch ein Drücker, oder nicht? Aber ich kann nur... Hm, vielleicht muss ich dich erst... Warte. Ich bring dich da drüben hin. Weil du kannst ja nicht alleine. Doch, kann ich. Wenn ich die Brücke so hab, kann ich wieder da runter. Und ich hab ja hier einen Drücker. Und ich bring dich... Wo musst du hin? Nach links? Ich muss nach oben. Ich muss hier einmal drüber. Hier drüber? Nach oben. Okay, dann... Ja. Geh jetzt mal da hoch schon mal. Hm. Ja, jetzt muss ich da irgendwie nach unten kommen. Und jetzt bist du da. Jawohl. Perfekt. Super. Dann kannst du wieder da runter gehen, in den Fahrstuhl. Dann sagst du mir Bescheid, wenn du da drin bist. Hallo Schindino, Mahlzeit. Herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist. Bin drin. Jo. Hoch geht's. Ab geht die wilde Fahrt. Ey. Jawohl. Bist du draußen? Ja. Und was bringen wir das jetzt? Ah, hier geht's weiter. Ja, hier müssen wir jetzt weiter. Da hinten gehen wir... Ich weiß nicht, ob das hier... Okay, das hier ist nicht richtig. So, dann wollen wir mal schauen. Ey, komm mal hier hin. Ja, bin dabei. Du bist Falsche. Ach so. Hä? Ah, okay. Ja, in Tagjemmer mit dem Stein. Ach. Okay. Erwogenschapf freigeschaltet. In Candescent. Was auch immer das heißt. Wir haben das Licht... Bist du da auch? ...gefixt. Yay. Juhu. Alles gefixt, gar kein Problem. Mh, komm. Wohl. Gott, hier ist voll gruselig. Gar nicht. Sagst du. Wenn ich das sage, muss er schon was heißen. Wee. Oh, wie cool. Boah. Ich hab dich gesehen. Ich bin jetzt hier oben. Oh Gott. Das heißt, ich muss hier jetzt... Ich glaub, du musst wieder denken und ich muss wieder tun. Ich hab hier ganz viele Spiegelchen. Ja, und ich hab hier oben die... ...die Dinger zum Drehen. Oh Gott. Ich kann hier nämlich... Ja. Oh Gott. Oh Gott. Siehst du mich von hier? Wir müssen bestimmt alle anmachen. Ich bin über dir. Hallo, Vic. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wo muss das Licht überhaupt hin? Ja, wir müssen ja, weiß ich nicht, von dem Großen... ...muss hier hinten ja irgendwo... Hier hinten in der Ecke war auf jeden Fall noch ein Spiegel. Hier. Hinten links. Ja. Da muss vielleicht... ...det Licht dran. Ich hab ja aber auch nichts, was ich irgendwie lesen kann, oder? Also hier hab ich ja schon geguckt, aber... ...hier ist nur ne Eule. Auch so Pergament geschickt. Also vielleicht muss man auch einfach alle anbringen. Ja. Aber hast du auch an jedem Ding nen Spiegel? Ach, komm mal. Die mit Bild sind durchlässig... ...und die nicht mit Bild sind nicht durchlässig. Wetten? Ja. Keine Ahnung, wovon du redest. Es gibt zwei verschiedene. Es gibt Spiegel und es gibt Gläser. Ah, okay. Dann ist das ja klar. Dann kommt hier erstmal ein Glas hin, weil sonst macht's keinen Sinn. Hier geht's an die Seite. Geht das denn damit an die Seite? Ja, wenn du das dran machst, kannst du mir sagen, wie ich's drehen soll. Ach, du kannst es noch drehen? Ja, ja. Ich bin hier oben, um das zu drehen. Ja, so ist schon mal... Oh. Nein, das ist falsch. Ja, warte. Warte mal, dass ich mal gucken... Ja. Ich hab keine Ahnung, also... Ich weiß nicht, was das Ziel ist, aber okay, Jan. Äh, da... Da hin, okay. Ich weiß nicht, das musst du mir sagen. Ich hab selber mal keine Ahnung, was wir hier machen. Ich weiß, wo es rein muss. Wo rein? Ja, hier. Geh mal nach hinten. Hier, in das Ding da. Hinter dir. Da, genau. Da war's ja sowieso schon die ganze Zeit drin. Ohne Gehtsatz. Ja, aber jetzt... Ach so. Ah, wir haben... Wenn ich's rausnehme, ist da sowieso drin. Ach so. Ah, das war doof von mir jetzt. Hm. Hm. Ja, äh, was siehst du denn? Ist da oben noch... Wo geht denn das Licht? Nee, also... Hier ist halt oben was, aber... Da ist halt nur auf so Pergament, wo irgendwas geschrieben steht, diese Eule zu sehen. Die, glaub ich... Ja. Also... Ich kann dir nichts lesen oder so. Okay, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee und das machen wir jetzt. Hm? Okay. Wo bist du? Vor allem, was sind diese roten... Den hier bitte einmal nach... Also, dass das nach rechts... Also, hierhin scheint. Also, einmal drehen den hier. Genau. Nochmal. Den kann ich nicht drehen. Andere Richtung. Ich kann... Ah, jetzt. Oh, ich war im Weg. Nochmal andere Richtung. Ja, ne? So? Hm. Den hier bitte einmal drehen. Nach links. Andere Richtung. Kannst du nicht drehen? Ähm, jetzt. Doch, so. Perfekt. Hm. 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 Keine Ahnung, was wir machen. Oh, ich hab nur noch einen Durchläss... Ich hab nur noch einen Durchlässiger. Das ist schlecht. Okay, Tatja. Danke. Äh, kannst du den hier bitte ein... Ah, nee. Das ist schlecht. Hm. Ich hab keine Spiele mehr. Mach den mal ab. Ich weiß halt auch nicht, was unsere Mission ist. Ich auch nicht. Hallo, der Schnupfen geht rum. Was für ein schöner Name. Herzlich willkommen. Eine kleine Hilfe wäre schon nicht schlecht gewesen, ne? Oh, bin ich blind. Hoffe du garst keinen Schnupfen. Ja! Ich bin ja jetzt aber hoffentlich auch einfach nicht so doof, hier irgendwas zu finden, richtig? Ich kann dir nichts angucken. Drehen wir bitte den Spiegel hier, dass er in die andere Richtung scheint. Wo bist du? Da? Den hier? Hm. Der soll in die andere Richtung. Nochmal. Perfekt. Und dann den hier nochmal drehen. Ja. Perfekt? So? Ja. Mhm. Nö, ich verteil ihn noch. Das gibt's aber nicht. Bleibe fern. Okay. 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 Ob's überhaupt möglich ist, alle zu benutzen? Ja. Geht, geht's. Ja? Ich muss ja kurz überlegen. Okay. Geht gut, dass ich schon wieder nur die Machaufgabe habe. Den hier bitte einmal drehen, dass er einfach gerade durch scheint. Nochmal. Nochmal. Mhm. Seht's? Mhm. Okay, meinst du mich alles gut bei mir oder meinst du, der Schnupfen geht? Oh. Andersrum, bitte. Vielleicht muss ich das nochmal drehen. Ah, mir fehlt ein Spiegel. Scheiße. Welcher ohne Henkel? Der Schnupfen ist bestechlich. Ah, diese Wortspiele ist sehr schön. Das tut ihr sehr schön. Das freut mich. Du machst das super da unten. Naja. Ja. Wie viele Spiele habe ich noch? Ja. Einen. War schlecht. Oder? Nee, ja. Ja. So. 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 Wo bist du jetzt? Den hier bitte einmal gerade. Ah, stopp. Nee, mach das nochmal, bitte. Ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Das große Licht, das scheint an so eine Riesentür, ne? Und wir müssen da das Richtige anleuchten. Aber da fehlt noch was. Ja. Kommt doch mal. Kannst du das sehen an der Tür? Okay. Kannst du das hier bitte noch gerade machen? Wo bist du? Ich springe. Gerade machen bitte. Aber wo bist du eher an der Tür? Oder da? Genau in der Mitte. Okay. In der Mitte. Und dann hast du es. So? Denk schon. Nee. Da fehlt noch was. Mehr habe ich nicht. Hab alles untergebracht. Hab alles untergebracht. Da ist auch was falsch. Dann dreh den hier mal, bis er genau andersrum ist. Da den gleichen wie eben. Ja. Nochmal. Ach, schmutz. Ja, warte kurz. Er ist wieder zurückgegangen. Nochmal. 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 Und noch einmal, ne? So. Warte mal. Richtig. Den hier auch noch. Den hier auch noch komplett. Mit den Augen. Mit den Augen muss ich da noch was drehen. Auch einmal komplett drehen? Komplett, ja. Okay. So. Und so. Okay. Ähm. Sollte alles richtig, ja? Nee. Ähm. Was haben wir denn gerade gedreht? Diesen Nupsi da unten, das unten links, das da jetzt da so frei schwebt? Weil das müssen wir ja noch komplett drehen. Weißt du, was ich meine? Es zeigt alles, also hier sind Pfeile dran. Also eigentlich zeigt alles in die richtige Richtung. Ja, aber siehst du von da unten die Tür? Mit dem Schatten, der da dran? Ja, ganz wenig sehe ich vom Schatten. Ganz wenig. Warte mal. Ja, ich muss jetzt mal probieren. Ich kann die Gläser noch miteinander austauschen, aber das... Nee, das... Warte mal, ich muss mal kurz, äh, kurz schauen, was sich hier dreht. Ähm. Ach, das ist echt behindert. Ach. Warum hat... Ich hab doch nicht gesagt, du sollst was wegdrehen. Ich weiß nicht, wo du bist. Ähm. Warte. Ich weiß nicht, was sich hier jetzt gedreht hat, aber ich glaube, das war falsch. Ja, das hat... Nochmal. Nochmal. Oh, ja, warte, die Steuerung, die ist so blöd hier. Falsch. Ah. Das ist... Zu Mäuse melken. Falsch. Ach. Ja, so... Also merken, mir geht nicht. Ich kann mal eben gucken, ob ich auch... Ach, unten. Vielleicht hab ich die Glas vergesen. Nee, das glaube ich nicht. Wir müssen einfach was drehen. Ähm. Ich mein, die ist sehr schön. Bei mir ist auch alles frutti, wir ergänzen. Also noch mehr Gläser hab ich nicht. Ja, das macht auch nichts. Also ich glaube, an den Gläsern, äh... Ich muss nur schauen, dass die jetzt... Weil das eine ist spiegelverkehrt, das eine Muster. Jetzt ist das auf jeden Fall schon mal da, wo es hin soll. Ähm. Wo hast du denn noch ein Glas mit einem Muster drauf? Welche Muster? Du hast das hier komplett umgedreht, bist du sicher? Warte, jetzt ist es aus. Ja, ich stehe davor. Was machst du da? Ach so. Geh da mal weg, sonst kann ich nichts sehen. Also ich kann nicht sagen, wo alles ist. Also hier ist noch eins. Hier sind, ist, äh, ein, so ein Senkwächter. Ähm. Welchen? Ich brauche so ein Kreis mit so einem kleinen Faden so dran. So. Okay, lass ich mal suchen. Hm. So ein Kreis mit so einem, ja. Also ich habe einmal, es sieht aus wie eine Fledermaus. Ähm. Dann drei verschiedene Kleckse. Äh. Hm. Ah, hier, das meinst du bestimmt. Hier das, umdrehen. Das da? Okay. Dann versuche ich mal. Ähm. Ah, nee, das war genau das Falsche. Ich brauche nochmal so eins. Ah, ja, dann kann es nur, dann, dann kann es nur das hier sein. Ganz am Anfang das. Warte. Aber ich meine, der Pfeil zeigt in die Richtung, deswegen macht es irgendwie keinen Sinn. Aber auch gut. Ähm. Ganz am Anfang das ja erst. Der hier? Okay. Ja, okay. Ähm, jetzt haben wir das da unten schon mal. Ich muss mal kurz abgleichen. Jetzt stimmt da oben, glaube ich, noch was nicht. Das sieht gut aus. Das Schwänzchen sieht auch gut aus. Ähm. Nee. Geh mal weg, du. Ähm. Ja. Da fehlt oben noch was. Oben rechts brauche ich noch einen zweiten Flügel. Ich habe nur einen. Flügel? Könnte das hier sein. Der hier? Okay. Ja. Ich kann es nur hier so schlecht erkennen. Ist da oben jetzt noch einer? Ich glaube, ja. Ja, jetzt brauchen wir noch ein Auge. Links oder rechts? Und da oben links fehlt jetzt auch was. Rechts. Dann drehen wir mal das hier. Ganz links. Hm. Wo bist du? Ich springe. Unten und dann links. Das da? Ah, okay. Nee, das war es nicht. Aber ja, da ist jetzt doch tatsächlich ein Auge. Aber das Auge ist jetzt richtig, aber jetzt ist alles andere irgendwie kacki. Also ich habe eine Theorie, dass der Pfeil vielleicht genau in die andere Richtung machen, äh, Ding gehen muss. Hm. Das könnte es sein. So und dann. Okay. Warte, dann lass mich nochmal den Lichtstrahl verfolgen. Ich gehe hier hin. Ja. Dann müsste der hier einmal andersrum. Hm, was ist der hier? Da, wo ich stehe. Da, wo das Licht aufhört. Ah ja, das ist eine gute Idee. Hm-hm. Der hier einmal komplett umdrehen. Ja. Geht das da hin, dann da, dann da hin. Das ist richtig. Und dann den hier noch. Nee. Den hier noch umdrehen. Hm-hm. Das ist jetzt schon was falsch. Lass uns das einmal ausprobieren komplett. Hm-hm. Also die Pfeile sind ja nicht umsonst da. Dann geht das da hin, da hin, da hin. Dann muss der hier noch umgedreht werden. Hm-hm. Und der muss auch umgedreht werden, hier. Der letzte. Ja, wobei? Welcher? Der hier? Okay. Ja, vielleicht hast du recht. Ist aber komisch mit den Pfeilen. Also eigentlich sollte der Pfeil doch da hin scheinen, wo auch die Sonne dann hin scheint. Nö. Das ist falsch. Hm. Hm. Das war ja das Problem, dass ein Nupsi weg ist. Von der einen Seite. Und auch das Auge passt auch nicht. Und der Flügel passt auch nicht. Ähm. War das der? Ich kann es oben nicht sehen. Dann kann ich dir nicht helfen. Das hier sieht jetzt, der Flügel sieht jetzt eigentlich schon mal ganz gut aus. Aber jetzt brauche ich wieder dieses quadratische Gesicht da, komisch. Dieser quadratische Kopf mit zwei Augen und einem Mund. Hm. Ich habe hier halt nur schwarze Kleckse. Ich habe halt eine ganzen... Hm. Das muss irgendwie unten rechts, links sein. So ein Quadrat mit zwei Punkten und sieht aus wie ein kleines Gesicht. Auf dem Kopf. Ich habe es schon. Das hier ist das. Hm. Ah, das ist so eine Kacke mit diesem... Hä? Ah, nee. Oh, ich bin so blöd. Ich brauche was Rundes. Wie da. Wo waren die zwei Teile, die rund sind? Rechts oder links? Ähm. Jetzt gibt es das zweimal. Das sieht aus wie so eine Seite von einer Schere. Nee, ich brauche was Rundes mit nochmal einem kleinen Kreis dran. Ja, ja, genau. Ist es jetzt gerade rechts oder ist es jetzt gerade links? Gerade ist es rechts und es muss auch nach links. Dann könnte es das hier sein. Wo stehst du? Hm. Hier. Okay. Okay. Ja, okay. Ähm. Muss ich mal kurz schauen. Genau, das hier unten passt jetzt. Jetzt brauche ich noch oben, ähm, wie quasi die Ohren. So ein Ohr von der Eule. Das ist jetzt gerade links. Das muss so mittig oben sein. Da habe ich keins. Da brauche ich noch eins von. Da habe ich nur eins, brauche aber zwei. Also schau einfach mal, wo du so... Ganz oben, wie so vom Uhu die Öhrchen. Das sind die Flügel. Das sind die Flügel. Hier ist ein Ohr mit bei. Hier ist ein Ohr mit bei. Das ist gerade links. Fehlt dir das links oder fehlt dir das rechts? Ich brauche es links. Warte, ich mache das mal. Einfach mal am Zug schauen, was passiert. Die Flügel sind nämlich gleich und das Ohr ist nur links. Beziehungsweise die Augenbraue, glaube ich. Ah, wir haben es geschafft. Bangle Angle. Ich sehe und höre nichts, was weint zu, Rolf. Ach du Scheiße. Komm, mal drücken. Alter. Sollen wir jetzt erst hier Päuschen machen? Nö. Nicht? Willst du? Also Part vorbei. Ja, willst du? Okay, gut. Jetzt, jetzt, jetzt. Bevor wir alle sehen, was passiert. Okay. Coolie. Dann, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ähm, ja. Wir wollen mal schauen, was noch für Rätsel uns auf Trab halten werden. Tschaui. Bis dahin. Bye, bye. 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 Bye.